So, jetzt geht's weiter. Mal schauen. So. Na, warum geht das jetzt nicht? Oh. Oh, mein Controller. Mach's schon. Okay. So, zurück. Und? Na? Also geht's doch. Das war's! Stop it! Wenn wir's überleben! Das sind wir hier! So. Ah, dieses Laden! So oft! Mein Gott! Okay. Oh, sind da Handgranaten? Ach so, hab ich noch voll. Okay. Okay. Ah! Ah! So. Okay. Außen Wong! Wiem. Wenn jetzt erwischt! Nee. Immer noch nicht! Hm. Rennen! Lebt der noch? Ja, der lebt sogar noch. Oh! Der hat auch eine Handgranate in der Hand gehabt, der Sack. Uiuiui. Handgranate nochmal. Jawoll. Volltreffer. Ist da einer zu sehen? Nein. Da ist heute Explosives. Aber da brücken wir jetzt natürlich nichts. Oh, oh. Oh, der lebt noch. Okay. Lagt da für eine Waffe? Ach ja, das ist die. Ich bleibe jetzt lieber bei der. So. Oh! Wer hat mir da noch eine Handgranate rein? Man muss ja gerade drängen. Ich glaube schon. Ich glaube, der hat ihn gebracht. Nee! Der lebt noch. Eine Verschuldung! Na? Bleib schön liegen. Oh! Ist doch nicht gerade mein Verbündeter hochgelaufen? Oder ist er einfach nur an dem vorbeigelaufen? Und hat mir wieder die ganze Arbeit überlassen hier. Da geht die Luzi ab. Da haben wir schon wieder einen erledigt. fleißig, wie ich nun mal bin. Achso, nee. Da komme ich aber wieder zurück, oder? Oder komme ich dann da auch hin? Da ist er! Der ist er. So, wo komme ich da hin? Ist jemand zu sehen? Achso. Okay, das hat mich viel ausgemacht. So. Oh, oh. Schein kann ich ihn da nicht treffen. Obwohl man ihn da deutlich gesehen hat. Das finde ich auch so cool. Den kann man auch den Helmen vom Kopf schießen. Die Helme, so. Okay. So bringt das nichts. Also rüber da. Das war natürlich dumm, dass er weggerannt ist. Ja, auch an dieser dreckige Look. Und überall klebt hier das Blut. Die Einschüsse, das haben sie schon gut gemacht. Das gefällt mir. Ich muss leider schon wieder eine Pause machen. Einen Augenblick.